Oh Mann, das ist doch nicht sein Ernst, oder? Wieso schafft er es immer wieder von ganz allein in so einen Schlamassel zu geraten? Okay, also die von der SDF haben eine virtuelle Welt kreiert, um die perfekte KI namens Alice zu erschaffen, ja? Die haben einen Vollknall, ich meine, das ist absurd, das hat nichts mehr mit einem Spiel zu tun. Ja, stimmt. Und letzten Endes wollen sie Alice's KI nur für Kriegszwecke benutzen. Dafür ist es zu früh, sie sind noch in der Anfangsphase und momentan will Rev diese Technologie nur für Demonstrationszwecke einsetzen. Allerdings hat irgendjemand andere Pläne. Die Gruppe, die die Ocean Turtle in ihrer Gewalt hat, hat einen konkreteren Verwendungszweck dafür, zumindest ist das meine Schlussfolgerung. Klingt irre, aber ergibt irgendwie Sinn. Trotzdem, wer sind diese Angreifer? Das weiß ich auch nicht so genau. Die USA? Wahrscheinlich ist ihr Militär irgendwie involviert. Hä? Die USA? Warte, ist das dein Ernst? Genau. Alice darf diesen Leuten nicht in die Hände fallen. Sie sind zu gefährlich.